Wie wollen wir das machen? Wollen wir erst übergeben, dann machen wir beide Übergabe. Und Sie darf uns ablichten. Ich würde sagen, wir machen im Anschluss ein Gruppenfoto. Machen wir im Anschluss ein Gruppenfoto. Dann mache ich es jetzt ganz einfach auf die Lockere. Frau Bernutz, nochmal meinen Respekt und Glückwunsch, dass Sie das gemacht haben. Super, danke. Auch Ihnen, herzlichen Dank, dass Sie es unterstützt haben. Dankeschön. So, und Herr Alphtag, auch bei Ihnen. Mein Respekt, mein Glückwunsch. Schön, dass Sie dabei waren. Dankeschön. Ja, ich denke, man kann an der Stelle auch mal, auch wenn wir eine kleine Runde sind, applaudieren. Ja, ansonsten, das, was man jetzt eigentlich immer sagt.